So ihr Lieben, Corona-Zeiten in Spanien, das heißt Ausgangssperre komplett, aber hier in unserer privaten Straße, da können wir ein bisschen rumspielen. Und weil es eben Spielerei ist, trage ich jetzt auch mal keinen Helm, sondern nur eine Brille. Und ja, nach dem Stehversuch, der ja ganz wichtig ist für Fahrtechnik, fahren wir mal in so eine Mauer und von der Mauer wieder weg. Dann fahren wir einmal mit dem Vorderrad rechts und dem Hinterrad links an der Trinkflasche vorbei, dann heben wir diese auf, einmal, zweimal und dann wird die Flasche wieder abgestellt und schon sind wir fertig. Viel Spaß dabei, habt gesund!